Wir kommen zum zweiten Teil dieses Themas. Arriviamo alla seconda parte di questo tema. Und zwar habe ich mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Dinge aus dem Alten Testament aufgeschrieben, die alle typologische Bedeutung haben. Ich habe notiert 8 Dinge, die in den Antiken Testament haben ein typologisches Significat. Als der Herr Jesus nach Ostern, also am Tag von Ostern, auch verstanden war, da hat er mit den Emmaus-Jüngern gesprochen und hat aus Gesetz, Propheten und den Schriften und hat über die Dinge gesprochen, die ihn betraf. Und damit hat er gesagt, dass alle alttestamentlichen Bücher reden in dieser oder in der anderen Weise von mir. Und so wollen wir jetzt einmal diese Reihe durchgehen. Und sehen wir diese Bilder in der einen oder anderen Weise von Jesus Christus sprechen und von den Seinigen von seinem Werk von dem Charakter und von den Ergebnissen seines Werk und auch von den Ergebnissen seines Werk und auch von den Ergebnissen seines Werk und auch von den Ergebnissen seines Erachtens. Das erste Personen. Die erste von diesen Sachen sind die Personen. Wir haben verschiedene Einzelpersonen im Alten Testament die ein Bild sind auf Jesus Christus. Cosi abbiamo nell'Antico Testamento alcune persone singole che sono un tipo per Jesus Christus. Welche ist die erste Person im Alten Testament die ein Bild ist auf Christus? Qual è la prima Person che troviamo nell'Antico Testamento che forma un tipo per Jesus Christus? Adam. Ja, Adam. Adam, sì. Adam, als erstes Beispiele. Dann, wir können auch anführen, Josef. potremmo dire anche Giuseppe seine Person und sein Leben la sua persona e la sua vita. Das sind also mit 20 oder 30 Eigenschaften und Ereignissen in seinem Leben die ganz deutlich auf Jesus Christus verweisen. Nella vita di Giuseppe troviamo scritto più o meno 20 oder 30 Avvenimenti oppure Caratteristiche che ci fanno capire che è un tipo di Gesù Cristo. Zum Beispiel, che di lui non ci ha riferito nessun peccato perché lo si odiava perché diceva ciò che Dio gli aveva rivelato. anche il fatto che era ricettato dai proprii fratelli che è stato humilato che è stato humilato e il suo nome sapnat paneach e ciò può significare il salvatore del mondo. e che è stato humilato poi i suoi fratelli lo cercano und sich vor ihm niederfallen, dass er sich dann in Offenbarflerer ist und genauso werden die Juden durch schwere Not gehen müssen und diese große Not wird dazu führen, dass sie den erkennen, den sie verworfen hatten und Josef sagt an seinen Brüdern, ihr hattet bösen Sinn aber Gott hat es zum Guten gewendet eure Bosheit wurde zum Anlass für eure späteren Erhaltung und Errettung und das ist eine universelle Wahrheit es war Bosheit der Menschen, welche Jesus Christus ans Kreuz brachte und diese Bosheit des Menschen wird durch die souveräne Weisheit Gottes wird durch die souveräne Weisheit Gottes zum Anlass der Errettung questa malvacità dell'uomo è diventato lo spunto che Dio ha preso per poter salvare l'uomo so sehen wir wie Gott das Böse in seiner Hand für den Menschen zum Guten werden lässt e così vediamo come il Signore nella sua mano può trasformare il male degli uomini in bene ecco, nella vita di Giuseppe sehen wir Wahrheiten, die im Herrn Jesus ihre volle bedeutung gewinnen possiamo rilevare delle verità che nella vita di Gesù trovano il pieno compimento o abbiamo per esempio la vita di Isacco e in Ebrei capitolo 11 è scritto che lui è una parabola di morte e di risurrezione di Gesù Cristo poi abbiamo la vita di Mosè e anche lì lo scrittore della lettera agli Hebrei ci racconta Mose war treu als Diener im damaligen Haus che Mosè è stato fedele nella casa di Dio im damaligen Haus e allora und so ist Jesus Christus der wahre treue Diener im jetzigen Haus Gottes il Signore Gesù è il vero fedele Servitore nella vera casa di Dio das sono nur einige Beispiele sono alcuni esempi vielleicht das leuchtendste aller Beispiele forse l'esempio più chiaro David era David, eh? sein Name ist sogar Titel Jesu il suo nome è perfino un Titolo di Gesù welches ist einer der häufigen Titel Jesu besonders in Matteo's Evangelium qual è il Titolo di Gesù usato molto spesso, soprattutto nel Vangelo di Matteo? figlio di Davide figlio di Davide also Personen als ein Bild auf Christus così abbiamo per primo delle persone che sono un tipo per Cristo dann entro poi abbiamo anche degli uffici damit meine ich das Königsamt con questo voglio dire l'ufficio di un Re das Prophetenamt l'ufficio di un Profeta und das Priesteramt oppure l'ufficio dei Sagerdoti Priester, König und Prophet wurden gesalbt Re, Propheti e Sagerdoti venivano unti es wird nicht von allen gesagt non è detto di tutti questo von David wird beschrieben wie er gesalbt wird abbiamo per esempio Davide di cui ci ha narrato come è stato unto und er wird interessanterweise dreimal gesalbt Davide è stato unto per ben tre volte Priester werden gesalbt Aaron wurde gesalbt anche dei Sagerdoti venivano unti come per esempio Aaron und Propheten wurden gesalbt e anche dei Propheti per esempio Elisa wurde auf Anweisung des Elia hin gesalbt e Eliseo veniva unto secondo l'ordino di Elia Nun gesalbt heisst auf Hebraisch Masiach Unzione vuol dire in Hebraico Unto vuol dire Masiach in Hebraico Und das ist Greciziot Messias E tradotto in Greco vuol dire questo Messias Nun alle Gesalbten im Alten Testament e tutti gli Unti nell'Antico Testamento waren natürlich nur Vorläufer des Gesalbten Erano dei Precursori del Unto Des Messias Cioè del Messias Und Messias auf Griechisch, wie heisst das? Messias, che cosa vuol dire? Ja, auf Griechisch In Greco Messia in Greco, che cosa vuol dire? Christo, ja Christos Christos Chrio Er heisst auf Griechisch salben Vuol dire ungere Und Christos heisst gesalbt E Christo vuol dire Unto Und so sind all diese Ämter E così tutti questi Uffici Bilder auf Jesus Christos Sono dei tipi per Gesù Christi Den von Gott gesalbten König, Priest und Propheten Di Dio quale Sacerdote, quale Re e quale Profeta Ich denke das ist so eindeutig Da brauchen wir gar keine Stellen nachzuschlagen E così chiaro Non possiamo nemmeno citare in Verset Penso che sia chiaro il fatto Dann dritten Poi terzo Wie wir schon gehört haben Come abbiamo già sentito Historische Ereignisse Sono anche degli avvenimenti storici Wir lasen ja 1. Korinther 10 Abbiamo 1. Korinther 10 Abbiamo letto Und dort hatten wir Die historischen Ereignisse Des Auszugs Und der Wüstenwanderung E lì abbiamo descritto degli avvenimenti storici Come l'uscita del Popolo di Israele E come anche il percorso del deserto Und das sind als historische Ereignisse Bilder von neutestamentlichen Wahrheiten E questi costituiscono quali avvenimenti storici Delle verità neotestamentarie Darauf brauche ich nicht mehr einzugehen Wir haben das schon gehört Abbiamo già sentito questo E perciò non ne voglio più parlare Dann als viertes Poi quarto Namen Abbiamo anche dei nomi Namen tragen oft eine Bedeutung Dei nomi portano in sé molte volte dei significati Die eindeutige Hinweise sind auf Christus Und auf sein Werk Ci sono dei riferimenti chiari A Gesù Cristo e all'opera sua Und zwar gilt das für Personennamen E ciò vale tanto per dei nomi di personaggi Als auch für Ortsnamen Quanto per nomi di luoghi Und ich bin so dankbar Dass wir im Neuen Testament Ein wunderbares Beispiel dafür haben Dass der inspirierte Apostel Für uns deutet Sono molto grato che abbiamo nel Neue Testamento anche un esempio citando il nome di un Apostolo Und dieses Beispiel des Apostels Wie er einen Namen deutet Ed è un esempio di un Apostolo come lui interpreta un nome Das gibt uns ein Vorbild und eine Richtlinie Für andere solche Fälle Perché constituisce una misura per altri casi del genere Eee 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 A quale passo sto pensando Sa qualcuno Da wird ein Ortsname und ein Personenname übersetzt und gedeutet Perché è un nome di un personaggio e un nome di una città viene tradotto e anche interpretato Nel Neue Testamento Giuselemme Ja? Jerusalem ist die Stadt, unser Personenname E quale è il nome, il personaggio Im gleichen Abschnitt Ja, ganz richtig Und wo steht das? E dove è scritta? Hebrei Chepè Ja, Hebreia Kapitel 7 Hebrei Chepè, si Wir schlagen das auf Andiamo a leggere Hebrea Kapitel 7 Hebrei 7 Verse 1 Und 2 Primi due versetti Poiché questo Melchisedec, Re di Salem, sacerdote dell'Iddio Altissimo, che andò incontro ad Abramo quando egli tornava dalla sconfitta del Re e lo benedisse, a cui Abramo diede anche la decima ad ogni cosa, il quale in prima, secondo la interpretazione del Re, Il suo nome è Re di giustizia, e poi anche Re di Salem, vale a dire Re di pace. Due Namen, prima, il personenname Melchisedec, abbiamo due nomi, il primo è il nome di un personaggio, Melchisedec, e poi un ortsname, Jerusalem, poi il nome di una città, cioè Jerusalem, hier steht nur Salem, qui è scritto soltanto Salem. Wenn man Melchisedec übersetzt, Se traduciamo Melchisedec Dann kommt man auf König der Gerechtigkeit Arriviamo a Re di giustizia Auf Hebraisch Melek, König In Hebraico Melek vuol dire Re Und Zedek, Gerechtigkeit Zedek vuol dire giustizia Und Melchisedec, König der Gerechtigkeit Melchisedec vuol dire Re di giustizia Der Apostel übersetzt es uns hier, wunderbar Der Apostel übersetzt es uns hier, wunderbar Und dann der Ortsname Poi abbiamo anche il nome della città Salem Das ist Hebraisch Shalom E in Hebraico Shalom Friede Cioè Pace König der Gerechtigkeit Re di giustizia Und König des Friedens E Re di pace Und so sind diese beiden Orte, diese beiden Namen E così questi due nomi Ein Hinweis auf die Person und das Werk Jesu Christi Formano un riferimento all'opera e alla persona di Jesu Christi So wendete es der Apostel an Così è applicato qui Und so können wir immer wieder im Alten Testament Bedeutungen von Namen Neu-testamentlich deuten E così possiamo dare un significato dei nomi dell'Antico Testamento Abbiamo anche delle persone che acquistarono un nuovo nome Zum Beispiel Jakob E diventa Israele Und Jakob auf Hebraisch Und Jakob Jakob Das heißt, er hält die Ferse Cioè lui tiene la calcagna Und Yisrael auf Hebraisch Und Yisrael Heißt, er streitet für Gott E lui lotta, combatte per Dio Es kann auch heißen Fürst Gottes Qua anche significare il principe di Dio Diese Namen tragen Bedeutung E tutti questi nomi portano dei profondi significati Sagen uns etwas aus über den Charakter dieses Mannes E ci dicono qualcosa del carattere di quest'Uomo Und über das Werk Gottes an diesem Mann E anche dell'Opera Divina applicata a quest'Uomo Also Namen Allora Nomi Tragen oft typologische Bedeutung Portano molto spesso dei significati tipologici Dann kommen wir zum fünften Poi quinto Rituelle Vorschriften Abbiamo delle prescrizioni rituali Ich denke da an die Opfervorschriften Penso alle prescrizioni del sacrificio An die Vorschriften für die Feste in Israel Alle prescrizioni dei feste in Israel Und da ist es uns deutlich klar genug Elia emerge molto chiaro Wie wir aus Kolosser 2, 16 und 17 gesehen haben Come abbiamo letto in Kolossesi 2, 16 e 17 Dass all diese Dinge Schatten sind Und tutte queste cose sono delle Ombra Also Bilder sind Dei Tipi Von Christus und von seinem Werk Dei Christo e dell'Opera sua Nur eine Vorschrift, die sehr deutlich ist Una prescrizione per esempio molto chiara Das Passa in Ägypten Cioè il Passa in Ägypten Und Paolo spezie sich darauf in 1. Korinther 5 E Paolo vi si riferisce in 1. Korinther 5 1. Korinther 5 1. Korinther 5 1. Korinther 5 Versetto 7 Purificatevi dal vecchio lievito Affinché siate una nuova pasta Come già siete senza lievito Poiché anche la nostra Pasqua Cioè Cristo E' stata immolata Pasqua Christus La nostra Pasqua è Cristo Also das Passa, Opfer Ein Bild auf das Opfer Jesu Christi E cioè il Passo, il Sacrificio del Passo E' un riferimento al Sacrificio di Cristo Nun wir werden ja auf die Opfer dann zu sprechen kommen Im Zusammenhang mit dem Brandopferaltar Nel Contesto dell'Altare Per l'Olocausto Parleremo ancora dei Sacrifici Trattando poi il Tabernacolo Dann eine zweite Vorschrift Una seconda prescrizione Nämlich ein Fest Cioè una Festa In 3 Mose 23 In Levitico Capitolo 23 Da haben wir ja die sogenannte Da haben wir die sogenannte Feste Yahweh Abbiamo descritto le Feste dell'Eterno Dall'indomani del Sabato del giorno Che avrete portato la mannella dell'offerta agitata Conterete sette settimane intere Conterete cinquanta giorni Fino all'indomani del settimo sabato E offrirete all'Eterno la nuova oblazione Fünfzig Tage Dovrete contare cinquanta giorni Und man nannte dieses Fest darum Das Fest des Fünfzigsten E perciò questa festa veniva chiamata La Festa del Cinquantesimo Oder man nannte es einfach den Fünfzigsten Tag Oppure si chiamava il cinquantesimo giorno Und das heisst auf Griechisch E ciò significa in Greco He he mera he Pentecostè He Pentecostè Vuol dire la Pentecostè Und so ist natürlich dieses Fest Dieses Wochenfest E così questa festa delle settimane Ist natürlich nur ein Schattenbild E una figura Von der Erfüllung dell'adempimento della Pentecostè Nämlich des Pfingsttages Apostelgeschichte 2 Cioè Atti Capitolo 2 Also hier wieder ein Beispiel einfach Qui abbiamo un altro esempio Ein eindeutiges Beispiel Un esempio molto chiaro Das ganz deutlich macht Dass eine rituelle Vorschrift Ihre ganz genaue neutestamentliche Bedeutung hat Che rende l'idea che un rito dell'Antico Testamento Ha un significato molto profondo Nel Nuovo Testamento E trova anche nel Nuo Testamento L'assoluto e la chiara Il chiaro addempimento Nun, von sieben feston Haben jetzt zwei genannt Abbiamo nominato due feste Dal contesto di queste sette feste Pasta und Wochenfest La Pasta e la festa delle settimane Nun, wenn diese beiden feste Eine so genaue neutestamentliche Bedeutung haben E se queste due feste trovano un significato neotestamentario Dann müssen wir doch einfach daraus schliessen Dass jedes Fest seine genaue Bedeutung hat Dobbiamo dedurre che ogni di queste sette feste Hanno un significato neotestamentario Der ewige Gott Di Dio l'Eterno Hat doch in seiner vollkommenen Weisheit Hat in seiner vollkommenen Weisheit Schon von altos Von den Dingen gesprochen Die einst tun würde Ha parlato sin dai tempi remoti Di queste cose che poi si sarebbero adempiuti nei nostri tempi Und wenn wir an den Charakter Gottes denken E se noi pensiamo al carattere di Dio Und wenn wir denken Dass alle seine Worte und Werke perfekte sind E se prendiamo in considerazione Che tutte le sue parole e opere sono perfettissime Dann fällt es mir unerhört schwer Allora mi rende molto difficile Vorzustellen Dass viele dieser Feste Einfach so Feste waren Naja pff pff Die sollen mal was machen Sonst wird's ihnen noch langweilig E mi è molto difficile credere Che tutte queste Feste Erano Lato B Gliare il suo popolo a fare Qualche cosa ogni tanto Nein Gott hat diese Feste Ganz genau vorgeschrieben Wie, wann und wo No, il Signore aveva prescritto Molto chiaramente, minuziosamente Quando, dove e come dovete festeggiare Und so hat er in all diesen Einzelheiten Doch von ewigen Wahrheiten gesprochen Tutti questi dettagli Il Signore parlava Di cose a venire Es wäre unseres Gottes Völlig unwürdig Sarebbe Molto indegno Per il nostro Dio Würde er ganz einfach so Rituelle Feste da Die Israeliten feiern lassen Ohne weitere Bedeutung Si avesse dato un ordine Di celebrare queste Feste Causualmente Così Senza nessun profondo significato Gut, das war die Fünfte Sache Questa era il quinto punto Sechstens La sesta cosa adesso vogliamo Sonstige Gesetzesvorschriften Erano altre Prescrizioni Statuti della Legge Wir haben doch in den Fünf Mosebüchern Perché abbiamo nei primi cinque Libri Haben wir eine Reihe ganz sonderbarer Ganz sonderbarer Gesetze, muss ich also schon sagen Abbiamo descritto alcune Leggi molto curiose Da sagt doch zum Beispiel Ein Abschnitt in Fünfter Mose Dass kein Mann gleichzeitig Leinene und wollene Kleider tragen darf Così è detto nel libro del Deuteronomio Che nessun uomo deve portare un vestito Tessuto da due specie di materiale Nun, die Juden, die orthodoxen Juden Nehmen das bis zum heutigen Tag Unglaublich ernst E i Giudei orthodossi Prendono sul serio questo fatto Fino al giorno di oggi In maniera molto, molto seria Nur, nur eine sorte Kleidung Cioè un vestito fatto soltanto di un materiale Se un orthodoxo Jude Nur wollene Kleider anhat E se un Giudeo orthodosso Porta i vestiti Und dann geht er reisen E poi va a viaggiare Dann könnte es ja sein Dass das Taxi in das er sich setzt Kunststoffbezüge hat Potrebbe darsi che Se lui si mettesse in un taxi E i poltroni del taxi E i poltroni del taxi Sarebbe di un altro materiale di stoffa Vielleicht Baumwolle Oder irgend so was Forse di cotone Forse di un altro materiale Und damit das ja nicht passiert E affin che ciò non avvenga Trägt der orthodoxe Jude Und wenn er wollene Kleider hat Porta il Giudeo orthodosso Se lui indosse dei abiti di lana Auch un wollenes Kissen mit Così porta anche un Cuscinetto Un Cuscino di lana Und dann sitzt auf das wollene Kissen In modo che si possa sedere sulla Cuscina Ecco di lana E affin che non rompa la legge Che dice che due tipi di materiali Non si devono mettere Nun das zeigt uns eigentlich Wohin das führt Wenn man diese Vorschriften Nur wörtlich verstehe E ciò rende anche l'idea Dove si arriva Se si interpretano queste cose Soltanto letteralmente Sie müssen eine weitere Bedeutung haben Devono avere un altro significato Più ampio Redet denn unser Gott Von solchen kleinlichen Dingen Und meint nur das Perché il Signore Il nostro grande Dio Parla di queste piccolezze E non pensa ad un'altra cosa Nein, er redet doch immer auch Von ewigen Dingen No, il Signore parla sempre di cose terre Nun, was diese Vorschrift bedeutet Ich will es nicht wagen Si hier zu deuten Quello che significa tutto questo Del materiale ecco di questa legge Adesso non voglio parlare Aber wir haben andere Vorschriften Che im Neuen Testament Gott sei Dank Gedeutet werden Però abbiamo altri Statuti Altre cose Che poi sono interpretate Stesso nel Neue Testament Und die zeigen uns Dass doch wohl alle Gesetze Geistliche Bedeutung haben E ciò anche significa E ci fa capire Che anche altre Leggi Hanno un significato Nel senso neotestamentario Da besteht doch ein Gesetz Wenn du deinen Ochsen Zum dreschen verwendest Così è scritto un'altra legge Che dice Se tu conduci a trebiare il tuo Bue Dann sollst du ihm das Maul nicht verbinden Allora Non mettere la museruola Natürlich spricht das Von der freundlichkeit Des Schöpfers Gegenüber seinen Geschöpfen Certamente Parla anche Della bontà di Dio Nei confronti Delle sue creature Und so sorge Gott Daffü Dass ein arbeitendes hier Auch zu fressen hat E così il Signore Ha fatto sì Che un Bue Che lavora Abbia anche qualcosa Da mangiare Genau diese Dinge Zitirte l'Apostel Paulus In 1.39 E queste cose L'Apostolo Paolo Le nominano 1.Corinzi capitolo 9 Und dann stellt er die Frage E poi il Signore E poi l'Apostolo Paolo Si pone la domanda Ja Ist denn Gott um die Ochsen besorgt? Il Signore si occupa elli dei vuoi Er hat doch das für uns geschrieben No Queste cose Sono stati scritte per noi Und was bedeutet das für uns Neue Testamenti? E che cosa significa per noi Questo nel senso del Neue Testamenti? 1.Corinther 9 1.Corinzi 9 Verse 9 Versetti 9 Bis 11 A 11 Difatti nella legge di Mosè è scritto Non mettere la museruola al bue che trebbia il grano Forse che Dio si da pensiero dei vuoi? O non dice egli così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così Perché chi ara deve arare con speranza E chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali Egli è granché se mettiamo i vostri beni materiali? Unus vuol dire qui E Paolo vuol dire qui Das Alte Testament Che l'Antico Testamento Hat in der Weise eines Schattens Quale ombra Schon davon geredet Dass jene die im Evangelium arbeiten Rende l'idea che coloro che lavorano nel Vangelo col Vangelo Dass sie auch ein Recht haben vom Evangelium zu leben Che coloro hanno anche un diritto di vivere dal Vangelo Cioè una verità neotestamentaria Aus einem solchen scheinbar so unbedeutenden Gesetz Tratto da una legge apparentemente insignificante nell'Antico Testamento E perciò forse dovremmo leggere l'Antico Testamento con un altro cuore, con un'altra ottica E penso che il Signore ci potrà rivelare ancora molte, molte altre cose Daher könnte uns neue Ebenen, dimensionen seines Wortes auftone Il Signore ci potrebbe aprire altre dimensioni della Sua Parola Wobei ich wiederhole, dass wir bei alledem zur Rückhaltung üben sollen Però vorrei ripetere, ribadire il fatto che dobbiamo essere molto cauti Dann kommt als siebtes La settima cosa che vogliamo adesso vedere Verschiedene Werkstoffe, Materialien Sono anche dei Materiali differenti Abbiamo tre cose Das kommt in der Stiftshütte immer wieder vor Che sono ripetute anche nel Tabernacolo Material Cioè dei Materiali Farbe Abbiamo dei Colori Und Ausmaß und Zahl Abbiamo anche delle Cifre Cioè abbiamo il numero esatto e anche la misura Also Material Cioè Materiali Farbe Colori Ausmaß und Anzahl E anche le Dimensioni Und Anzahl E anche il numero Zum Beispiel für das Material Ich nenne nur ein Material Adesso vi nomino solo un Material Es wird Leinen genannt im Zusammenhang mit der Stiftshütte Abbiamo nel contesto del Tabernacolo Per esempio abbiamo il Lino Nun, Neu Testamentlich wird Leinen verwendet Und gedeutet, was das Bild heisst E nel Nuo Testamento questo materiale abbiamo interpretato Nämlich Offenbarung 19 E in Apocalisse 19 Im Vers 8 Versetto 8 Hieraus können wir sehen Leinwand spricht von Gerechtigkeit Qui possiamo constatare e dedurre che il Lino fino parla della Giustizia Hier haben wir also Neu Testamentlich die Bedeutung von Leinen gedeutet E qui abbiamo il pieno significato del Lino fino Che abbiamo riscontrato nell'Antico Testamento E poi i colori Un esempio Un esempio Weiss Bianco Che cosa significa bianco Wir haben im Neuen Testament in Offenbarung 3 Apocalisse capitolo 3 Im Vers 4 Versetto 4 Das è wörtlich gedeutet gedeutet. Weisse Kleider im Gegensatz zu befleckten Kleidern. Befleckte Kleider heisst Unreinheit, Sünde im Wandel, und Weiss ist Reinheit im Wandel. E bianco vuol dire purezza nel cabine. Nun, wenn Leinen etwas bedeutet? Allora, se il lino ha un significato? Dann wird wohl auch Wolle etwas bedeuten. Significhera anche qualcosa se la parola di Dio parla di lana. Auch wenn ich das nicht weiss, aber... Anche se non capisco il significato. Und wir sollen ja nicht anfangen einfach zu fantasieren, was das heissen könnte. E non dovriamo incominciare a baneggiare che cosa potesse significare. Aber wir können dessen gewiss sein, es hat eine Bedeutung. Però possiamo essere certi che avrà un significato. Und wenn weiss eine Bedeutung hat? E anche se bianco ha un suo significato. Dann hat sicher purpuro auch eine Bedeutung. Il purpuro avrà anche esso un significato. Und dazu haben wir sogar Hinweise im Alten, wie im Neuen Testament. E per questo abbiamo dei riferimenti sia nell'Antico, sia nel Nuo Testamento. Und dann haben wir Ausmass und Zahl. Poi abbiamo anche il numero delle cose, anche le misure. Zum Beispiel die Zahl 1. Per esempio il numero 1. Könntet ihr euch vorstellen, dass die Stiftshütte zwei Eingänge hätte? Potreste voi immaginarvi che il Tabernacolo avesse due Eingressi? Könntet ihr euch das denken? Potremmo pensare a questa possibilità, che il Tabernacolo avesse ecco due Eingressi? Wir hätten dann völlig andere Vorstellungen, dass wir dann eine ganz andere Bedeutung tragen. E tutto questo avrebbe poi tutto un altro significato. Nein, wir haben einen Eingang. No, ma abbiamo un ingresso soltanto. Neu testamentlich, ein Weg gibt es nur. E nel Nuo Testamento è scritto che c'è una sola via. C'è una sola porta. Zum ewigen Leben. Alla vita eterna. Wir haben auch nur einen Altar. Abbiamo soltanto un Altare. Nicht zwei Altare. Non due Altare. Wir haben nur eine Bundeslade. Abbiamo un Arca soltanto. Nicht fünf. E non cinque. Das hat doch Bedeutung. Ha un significato, no? Und dann, hier möchte ich die Bedeutung auch nicht geben. Wir müssen vorsichtig sein, aber wir stellen fest. Wir haben an einem Ort vier Säulen beim Vorhang. Da una parte abbiamo quattro Aste entrando nel Tabernacolo. Nämlich vor dem Allerheiligsten. Cioè prima del Luogo Santissimo. Und fünf Säulen beim Eingang ins Heiligtum. Però abbiamo cinque Colonne entrando nel Santuario. Nun, hat Gott das einfach gemacht um der Varietät willen. Naja, hier vier, da fünf, sonst wird's langweilig. Il Signore, perché ha costituito tutto questo? Per caso? Per non farci annoiare? Natürlich hat er damit eine Bedeutung. Io penso di no. Ci sarà pure ein Significato. Er will uns sicher damit etwas sagen. Il Signore vuole trasmetterci qualcosa. Auch wenn wir es nicht begreifen. Anche se non lo capiamo. Aber wir können damit rechnen, es bedeutet etwas. Però possiamo contarci. C'è un Significato. Und wir dürfen auch darum beten, oh Herr, zeige mir das irgendwie. Ich will auch daraus lernen, was du mir sagen willst. E noi possiamo anche pregare, Signore, fammelo capire. Sono desideroso di sapere tutto quello che significa. Also aus Mass und Zahn. Allora anche qui abbiamo Numero e Misura. Und achtens. Ottavo punto. Ein Gott redet zu uns auch durch die Schöpfung. Il Signore parla attraverso la Creazione. Auch irgendwie in bildhafter Weise. Anche in maniera forse allegorica. Zum Beispiel Saat und Ernte. Wie oft spricht auch der Herr Jesu selber vom Sehen und von Ernten in rein geistlicher Weise. Und wie oft der Herr Jesu selber spricht von Sehen und von Ernten in rein geistlicher Weise. Oder der Herr spricht von Vogeln in geistlicher Weise. Oder der Herr spricht von Vogeln in geistlicher Weise. Und sogar von Blumen. Und der Herr pende die Gilli und spricht von etwas Spirituales. Die Blumen bedeuten etwas. Weil die Flüge bedeuten etwas. Sagt der Herr nicht. Seht die Lilien an. Und er sagt. Mit den Lilien will ich euch etwas leeren. Und der Herr sagt. Mit den Lilien will ich euch etwas leeren. Und Paolo sagt einmal in 1. Korinther 11. E in 1. Korinther 11. Dice l'Apostolo Paolo. Leert uns nicht die Natur. Non ci insegna la Natura. In einem ganz bestimmten Falle sagt er das. E ciò dice in un caso particolare, speciale, specifico. Spreit vom kurzen Haar der Männer und vom langen Haar der Frauen. Perché parla della Chioma. E parla dei cappelli corti degli uomini. Und da sagt er. Die Natur leert uns doch. Dass lange saa für eine Frau eine Ehre ist und so weiter. E poi l'Apostolo Paolo dice che ci insegna la Natura. Che è un onore per la donna portare cappelli lunghi. E un disonore per gli uomini portare cappelli. Aber es geht doch in 1. Korinther 11. Um lauter geistliche Wahrheiten. E così abbiamo in 1. Korinther 11. Tutte verità spirituali. Und so sagt er. Die Natur leert uns auch geistliche Wahrheiten. E così l'Apostolo Paolo rafferma. Che anche la Natura stessa ci insegna. E ci a maestra delle verità spirituali. Der Schöpfer ist dergleiche wie der Erlöser. Perché il creatore è lo stesso del Redentore. Er sind nicht zwei Personen. Non sono due persone. E una sola persona. Sollte der Schöpfung in der Schöpfung nicht schon von der Erlösung reden? E il signore non ha il parlato stesso nella creazione della Redentione? Natürlich tut er es. E certamente lo fa. Ich sage das oft im Frühling. E io lo dico molto spesso in Primavera. Die ganze Natur predigt Auferstehung. Tutta la Natura, tutta la Creazione ci predica Risurrezione. Havete das noch nie gedacht? Non l'avete mai pensato. Monatelang sind die Bäume tot. E gli alberi sembrano morti per mesi. Kein Leben. Non c'è vita. Und mit einem Mal kehrt Leben zurück. Und Leben spriesst heraus aus toten Esten. E di colpa la vita ritorna in tutti questi rame. E vediamo che la vita spoggia fuori di questi alberi morti. Leben aus dem Tod. Qui vediamo la vita che spoggia la mort. E la Natura ci predica la Risurrezione. So redet Gott in Bildern von geistlichen, ewigen Wahrheiten. E così il Signore ci parla in tipi. In tipi ci parla di cose spirituali. Und wir wollen wirklich beten, wie der Psalmist betete. E vogliamo pregare, come pregò il Psalmista. Salmo 19, Vers 18. E Salmo 119, Vers 18. Öffne mir die Augen. Apri mi gli occhi. Dass ich Wunder sehe in deinem Gesenz. Affinché veda le meraviglie nella tua legge. Soweit. Fin qua. Fin qua.